krank oh das ist ein besonderer gegner also bis jetzt ist das mit den spinnen ein bisschen harmloser als das mit den sklaven ich habe aber beides so wirklich keinen bock immer die zauberauslöser ach stimmt ich kann ja auch hier zwischen klerik und magie umschalten also erstmal den feuerball den vormruf ist auch nicht schlecht falscher sonnenaufgang nicht unbedingt aber das da dann löst das ganze mal aus oh der lebenswurm ist das hat also nicht viel gebracht ja verstanden irgendwie hilft das gebet ein bisschen erhöht wo meine rettungswürfe gegen gibt ich bin bereit ich der gruppe die dienerin der natur ist bereit und da ist der hierher wieder tot also wir behalten uns mal den großen zauberauslöser auf bis wir weiter im raum drin sind ja das wird ja mach mal hier massenhaft schutz vor dem bösen so wir sind vor dem bösen geschützt das heißt wenn ihr es wollt gib uns mal ein scheusaal ja ein schwerverletzter klammerzug das ist das Leben das sie gab 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 ich kämpfe oh wir dürfen nicht auf die netze tappen sonst wir verstricken auf uns so wie es aussieht oh eine phasensplatte einmal vergiften ist okay vergiftung ist auch noch okay ich bin bereit ihr zeigt mir wohin habt ihr einem klagen zu euer wunsch ist mein begehrt meine klinge wird euch schon zurecht stürzen stirbt kreativ und nähere die erde so war es das langsame da ist noch eine weil allem was anständig ist ich kämpfe sollte es aber da einfach mal kurz sein hallo so wie es aussieht sind wir durch quick save auch wenn wir dadurch kein level abgekriegt haben ihr müsst eure wissen was wir gehen einfach den weg zurück und nehmen noch die örtlichen Tunnel mit nun gut außer hier ist wieder alles lebendig dann habe ich die schnauze voll aber sieht nicht so wirklich danach aus wo immer minst auch hingeht mach das böse einen schritt mit durch dich in mein schwert böses solange du noch kannst denn minst wird dir kommen das sollte nicht sein genau minst wird jetzt vergiftet äh ich warte ja was möchtet ihr geht mit dem schweren ihr müsst mir rasch helfen bo ist noch zu jung um mich zu rächen hier nächstes mal Tief einatmen Tief ausatmen Wutanfall kriegen Gierte Spinnen Scheißviecher doch So Natürlich Eri hat es nicht Geschafft Ich bin bereit Schneller als Schick-Ticker Schnellpratze Ich war nun gut Okay Dann wieder In die Anderen Tunnels Was immer ihr wünscht Fingertzugdücken Autosave Hier Ja Verstanden Ich frage mich halt immer wieder Spawn hier unendlich Oder Spawn nur Bestimmte Anzahl Was kann ich tun In Bayern Ich wusste also scheinbar Vorstoßen Das hier ist wesentlich Aufregender Als jeder Zirkus In Ordnung Nur Spuck es aus Sag mal Seid ihr eigentlich böse? Kann ich euch überhaupt Ja ihr seid böse Okay Auf geht Geht klar Ist was los? Okay Okay Wenn ich der Gruppe Die Dienerin der Natur Ist bereit Ich warte auf euren Befehl Sieg der Spinnenkülerin Ja ja Dein Gelaber Kennen wir bereits Das tut allen weh Okay Okay Also auch nicht so toll Ich glaube ich muss auch noch Mal eine Segnung Und eine Verteidigungskoordination Anmachen Ja Und am besten Eine Hast auf alle Und ganz ehrlich Gib mir noch Das da Und das da Gut So wir stürmen jetzt Einfach durch Und das Hinter uns Hinter uns Spinnenkönigin Ja 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 Wiss Ihr würdet doch wohl Keine Frau schlagen Die Dienerin schon erledigt Haurox 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 sollten eigentlich Nicht so stark sein So So jetzt Erstmal den ausschalten Das hört nämlich Der Ries von aus Ich werde euch erledigen Das sollte nicht sein Zeit auch kein Problem Das wird euch Witz Heilen Ok Ok